Angelika Barbe wird gerade verhaftet. Aber halten Sie bitte den Abstand. Sie können ja mitlaufen. Sie können ja mitlaufen. Sie können ja mitlaufen. Sie können ja mitlaufen. Ja, ich kann ja auch mitlaufen. Ich kann ja auch mitlaufen. Sie sind fünf Meter vor. Sie können ja schwimmen, bleiben Sie einfach nur auf Abstand. Ich werde nicht einkaufen gehen. Ich werde nicht einkaufen gehen. Komm jetzt. Und ich tue nur noch meine Hand zusammen. Nein, bitte lasst mich im Urlaub. Ich habe ein Apparierendes. Ja, ich habe ein Apparierendes. Und wir, ich wollte einkaufen gehen. Und wir leisten alles auf. Verschieße! Verschieße! Aua! Aua! Ich kann das nicht. Ich lasse ihn. Nein, das reicht nicht. Sie hatten mir einfach geschraubt. Nein, ich habe gesagt... Nein! Ich habe gesagt... Nein! Ich habe gesagt, ich laufe mit mit. Aber ich laufe lange. Ich lasse mich nicht auf. Nein! 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 Was sind Sie denn für einer? Was sind Sie denn für einer? Was sind Sie denn für einer? Ich möchte ein Bild nachhalten. Nein! Nein! Ich muss ihn jetzt nach Hause werden. SWISS